Hi und willkommen zu deinem Fusion 360 Tutorial. Heute schauen wir uns drei Wege an, STL Dateien zu bearbeiten. Einmal die Umwandlung, einmal die Direktbearbeitung und einmal so weit, dass man sozusagen den ganzen Körper sogar wieder zurück konstruieren kann. Und wie das Ganze funktioniert, das seht ihr in dem Video. Ich wünsche euch wie immer super viel Spaß und ich sage euch gleich unten in der Videobeschreibung, findet ihr eine PDF Datei, ladet sie euch kurz runter, das sind alle Abkürzungen für Fusion 360 drin, das ist komplett umsonst. Einfach, dass ihr besser bei den Videos mitkommt und dann starten wir jetzt einfach mal direkt durch. So, dann legen wir einfach mal direkt los und wir schauen uns mal eine Art an, eine STL Datei nachzuarbeiten oder zu bearbeiten, wie wir es noch nicht gesehen haben. Dafür gehen wir als allererstes mal auf Netz und sagen hier Netz einfügen. Ich suche mir einmal mein Netz raus, dann sehen wir uns gleich. Und dann platziere ich das Ganze einfach mal hier rein und dann habe ich hier meinen Körper. Okay, jetzt gehen wir hin und sagen, wir wollen das hier zum Beispiel nachbearbeiten, weil wir eine andere Form drin haben wollen oder whatever. Und dafür zeige ich euch einen Weg, wie man solche simplen Teile relativ zügig nachkonstruieren kann und damit dann eigentlich ein eigenes Fusion-Modell hat. Dafür gehen wir als allererstes hin und sagen, Netz-Schnittsskizze erstellen, wählen den Körper einmal aus und wählen dann sozusagen unsere Ebene einmal aus. Das wird hier diese Ebene sein und ich versetze diese um einen Millimeter nach oben, dass wir sozusagen einen Schnitt mit dem Körper eigentlich auch haben. Wenn wir das Ganze einmal erstellt haben, sehen wir, links hat sich eine Skizze erstellt. In dieser Skizze ist eine Mesh-Section drin und die wollen wir jetzt mal bearbeiten. Dafür machen wir einmal Doppelklick in die Skizze rein und gehen jetzt hier auf Erstellen und sagen, Kurve an Netz-Schnitt anpassen. Und jetzt können wir hier auswählen, wie wir das Ganze machen wollen. Ich nehme hier einen geschlossenen Spline für diese Kurve und sage einfach mal OK. So, was ist jetzt hier passiert? Wenn wir den Körper jetzt mal ausblenden und diese Mesh-Schnittsskizze sehen, wir haben hier eine eigene Skizze, wie wir sie bereits kennen. Und jetzt weiß ich natürlich, dass dieser Körper 9 Millimeter sich in diese Richtung verhält und gleichzeitig Minus 1 in die andere Richtung. Jetzt muss ich ganz kurz schauen, wie ich das Ganze einstelle. Ich sage, glaube ich, mal hier Minus 1 und dann sage ich hier einfach 10 und blende mir einmal den Körper ein. Und ich sage OK, dann kann ich mal jetzt gegenchecken, ob das soweit passt. Sieht sehr gut aus. Wir sagen OK und gehen jetzt hier bei, hat er es nicht erstellt? Doch, ist noch nicht ausgeblendet hier. Und blenden jetzt hier unsere, ja, unsere STL-Datei aus und haben jetzt sozusagen einmal diesen Grundkörper. Das heißt, jetzt könnte man eigentlich nochmal schauen, wie könnten wir jetzt diese innere Struktur erstellen. Dafür würde ich fast nochmal eine Skizze hier oben drauf anlegen und eine Versatzebene hiervon machen und die einfach so weit ziehen, bis sie passt. Schau an, das ist tatsächlich Minus 4. Und ich sage auch hier E Minus 8 und habe dann sozusagen hier einmal den Schnitt. Das heißt, wir sind jetzt von unserer eigenen STL-Datei gekommen und sind jetzt hier in unserem Volumenkörper gelandet. Jetzt war das vielleicht ein bisschen schnell für den einen oder anderen. Also, die Idee dahinter ist auf jeden Fall, wir machen eine Netzschnittskizze. Die sorgt dafür, dass wir einmal den Querschnitt von der STL-Datei bekommen. Haben wir die gemacht, müssen wir diese nachbearbeiten. Das machen wir hier im Skizzenmenü mit dem Kurve an Netzschnitt anpassen. Haben wir das erledigt, haben wir eine fertige Skizze, die wir extrudieren können. Haben wir das Ganze einmal extrudiert, haben wir sozusagen einen Volumenkörper. Diesen Volumenkörper haben wir jetzt nochmal nachbearbeitet mit einer Skizze und einer Versatz, dass wir sozusagen diese Aushöhlung bekommen und haben damit dann sozusagen unseren fertigen Körper erhalten. Jetzt habt ihr wieder gemerkt, Lars hat mal wieder hier E für Explosion und, und, und gedrückt. Und ich habe euch mal eine PDF-Datei zusammengefasst. Da findet ihr einfach alle Shortcuts von Fusion 360. Die könnt ihr euch komplett kostenlos unten in der Videobeschreibung downloaden. Genau. Gut, das war der erste Weg, den wir uns anschauen wollten. Das war so ein bisschen, wie kann ich mit einer Skizze da arbeiten. Dann kennen wir den zweiten Weg bereits schon. Den schauen wir uns jetzt trotzdem nochmal ganz kurz an. Das heißt, die Direktbearbeitung vom Netz. Das heißt, ich importiere jetzt nochmal ganz kurz ein Netz. Und wir würden den jetzt einfach mal gerne direkt bearbeiten wollen, das Schweinchen hier. Und dafür gehen wir hin in den Volumenkörperbereich, legen eine Skizze an. Und was wollen wir machen hiermit? Wir könnten jetzt sagen, wir machen eine Versatzskizze nach oben. Das heißt, Versatzskizze können wir konstruieren hier. Die ziehen wir einmal nach oben und sagen, okay. Dann legen wir hier oben drauf meine Skizze an und könnten jetzt sagen, das Ganze soll jetzt zum Beispiel... Oh, ich habe eine richtig gute Idee. Da ist mir eine tolle Idee gekommen. Wir machen nochmal eine Versatzebene. So lernt ihr es auch. Die ziehen wir hier raus und sagen, okay. Und da drauf legen wir jetzt eine Skizze an. Und jetzt schauen wir mal, ob wir diesem Schweinchen Augen verpassen können. Das heißt, hier würde ich gerne ein Auge haben und hier würde ich gerne ein Auge haben. Also C für Kreis. Jetzt seht ihr schon wieder C für Kreislas. Woher sollen wir das wissen? Das findet ihr alles wie beschrieben unten in der Shortcut-Liste. Also in dieser kostenlosen PDF-Datei. Genau. Wenn ihr das alles habt, dann könnt ihr einfach mal sagen, E für die Extrusion. Der nächste Shortcut. Und das explodieren wir jetzt mal, bis es sozusagen den Körper schneidet. So hier, könnte ich mir das vorstellen. Okay, jetzt sieht das aus wie ein Schweinchen mit Laseraugen. Und jetzt sagen wir, okay. Dann können wir rüber gehen in den Netzbereich und tessellieren sozusagen die beiden Körper hier. Was heißt das? Wir machen aus den normalen Körpern einfach einen Netzkörper. Und jetzt können wir wie immer im Volumenbereich einfach bereits die Sachen kombinieren. Das heißt, das ist unser Werkzielkörper. Das hier sind unsere Werkzeugkörper. Diese wollen wir einmal ausschneiden und wir sagen, okay. Und schon berechnet Fusion sozusagen den ganzen Schnitt einmal nach. Das heißt, er schneidet die Netzkörper aus. Und alles, was offen bleibt, macht er auch gleichzeitig wieder zu, dass da auch wieder eine geschlossene Datei ist, die wir weiterhin verwenden können. Und wir schauen uns gleich mal das Ergebnis an, wenn das soweit ist. Jetzt hat Fusion das einmal fertig und wir sehen, wir haben hier unser Schweinchen ein paar Augen verpasst. Und so hat man dann auch die Möglichkeit, eine STL-Datei einfach zu bearbeiten, wenn man sie nicht umwandelt. Aber jetzt schauen wir uns nochmal das Ganze in einem dritten Beispiel an, wo wir die STL-Datei zurückwandeln. Dafür lege ich wieder eine neue Skizze an, oder eine neue Skizze, neue Zeichnung an und importiere mir jetzt hier nochmal eine neue STL-Datei. Gut, dann haben wir hier einmal die sogenannte Adapterplatte. Und diese Adapterplatte ist dafür da, um Sachen zu montieren und dass ich hier oben sozusagen meinen Sensor ausrichten kann. Die möchte ich jetzt aber eigentlich ganz gerne mal modifizieren. Und das möchte ich jetzt einmal umwandeln dafür. Und jetzt habe ich hier eine relativ einfache Datei, das heißt, wir können hier auf Ändern gehen, sagen Netz konvertieren, wählen den ganzen Spaß einmal aus und sagen, okay. Dann fängt Fusion 360 an, das einmal umzurechnen. Und wenn wir das Ganze einmal umgerechnet haben, sehen wir hier unsere Datei. Ich schaue mal ganz kurz, dass wir nur eine Datei sauber drin haben. Perfekt. Und jetzt können wir hingehen, eine der Dreiecke auswählen und Backslash drücken. Und schon zieht Fusion sozusagen die ganze Fläche gerade. Was ziemlich cool ist, weil jetzt haben wir hier eine saubere Fläche, wo wir sagen, das Ganze sauber zu bearbeiten können. Das heißt, wir können im Volumenkörperbereich reingehen, hier in der Skizze drauflegen und sagen jetzt zum Beispiel, wir könnten einen Text anlegen. Dieser Text können wir hier drauflegen und zack. Und das sagen wir Sensor A. Das Ganze würde ich gerne nur 8 mm groß haben. Perfekt. Das soll mittig ausgerichtet sein. Und sag okay. Dann sage ich einmal E für die Extrusion, können den Text auswählen und sage minus 0,2 mm. Und dann habe ich jetzt hier sauber meine Sensorbenennung eingestanzt. Und so habt ihr dann halt auch die Möglichkeit, relativ zügig wieder eure STL-Dateien zu bearbeiten. Das heißt, wir haben heute jetzt drei Wege kennengelernt. Einmal den einen, wo wir mit einer Netzschnittskizze gearbeitet haben und unseren Körper nachgezogen haben. Die zweite war die, wo wir einfach eine Direktbearbeitung gemacht haben über das tessellierte Volumenkörper. Und dann haben wir hier einmal den dritten, wo wir tatsächlich eine STL-Datei nehmen und diese dann wieder Volumenkörper einfügen. Und das Ganze direkt bearbeiten. Ich hoffe, ihr habt wieder etwas Neues gelernt. Lasst mich doch in den Kommentaren wissen, was für euch neu war oder was ihr gerne in Zukunft sehen wollt. Und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer super viel Spaß beim Konstruieren. Ciao, ciao. Ciao.